Wir sind für den Kunden der Ansprechpartner, wenn es um seine Autodesk Lizenzen geht. Wir können ihm beispielsweise auch eine Übersicht erstellen, wenn es um mehrere Lizenzen geht, damit der Kunde die Übersicht nicht verliert. Also auch da kann er sich bei Fragen an uns wenden. Der Kundenservice bedeutet für uns in erster Linie Kundenzufriedenheit. Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, sich bei allen Fragen rund um ihre Software an uns wenden zu können. Das können Fragen sein wie Lizenzierungs-, Aktivierungsfragen, aber auch ganz allgemeine Fragen zu ihrem Autodesk Download-Portal, dem sogenannten Autodesk Account. Beispielsweise auch, wenn er die Lizenz kauft, können wir ihn direkt durch den Autodesk Account führen, ihm zeigen, wo er was findet, wo er was downloaden kann, wo er seine Seriennummern findet. Es kann immer wieder vorkommen, dass der Kunde beispielsweise Probleme bei der Aktivierung seiner Lizenzen hat. Da kann er mit den Fragen dann zu uns kommen. Wir können uns auch direkt an Autodesk wenden, sodass wir da auch Hilfe bekommen. Man kann auch sagen, dass wir im Prinzip die Schnittstelle zwischen dem Kunden und Autodesk sind. Das Schöne daran ist, dass man sich richtig freuen kann, wenn man das Gefühl hat, man konnte helfen.